das hoch und runter, bis die Leute das nicht mehr hören können, dann kommt das nächste Mixtape. Früher waren es ja auch DJs, heute sind es ja gar keine DJs mehr, sondern so YouTube-Betreiber, YouTube-Seiten-Betreiber, die halt einfach solche sogenannten Mixtapes online stellen, was eigentlich nichts weiter als Playlists sind. Ach so, du meinst diese Art von Mixtapes? Ja, von denen rede ich. Das ist was ganz anderes. Die sollen in der Hölle verschworen. Die sollen in der Hölle schmoren, Alter. Diese Bastarde, diese YouTube-Challenge mit Best B-Boy-Music. Deine Mutter, deine Mutter. Ja, Mann, das ist krass, Alter. Die haben auch echt keine so Hemmschwelle, Alter. Die beiden, was das Zeug hält, die laden einfach hoch, was Leute, zum Beispiel, jetzt von euch, ihr habt ja auch Mixtapes rausgehauen, zum kaufen auf Bandcamp. Und die ziehen das und laden uns hoch, Alter.